Der Blick auf unseren Rennleiter und Fifty! Und schon erstmal für die 88, für Oskar Romberg, der Zweitplatzierte. Und nach dem Hubs geht's jetzt gleich erstmal in den Sandkasten. Kennen wir natürlich vom NRM-Exker aus Grievenburg, aber auch von einigen anderen Stationen dieser regionalen Serie. Von Weg Air hier, von Oskar Romberg, der vor Team Dörnsen die Führung übernommen hat. Platz 3 für die 22, Dean Alexander Kubik. Platz 3 für die presenters. Vielen Dank.